Let's Play Und häufig scheiden sich auch hier die Geister. Der eine Zuschauer bevorzugt neue und aktuelle Spiele, der andere schaut gerne Klassiker bei guten Let's Playern. Und was mache ich? Bin ich gut genug für Klassiker oder gehe ich lieber den sicheren Weg des Mainstreams und sage mir mit Minecraft und jetzt aktuell Risen 2 Dark Waters werde ich auf jeden Fall gefunden. Und ja, ich bin echt gespannt, wie eure Meinung ist dazu, ob ihr noch die Ideologie des Hobbys im Auge behaltet oder ob viele sich nur nach dem Benefit richten. Ich bin ganz gespannt, ihr könnt natürlich anonym abstimmen, gar keine Frage. Auf unserem Let's Play Magazin ist der Poll eröffnet und dazu gibt es noch einen kleinen Artikel. Und obendrein würde mich echt interessieren, was die Zuschauer auch dazu denken, ob sie der Meinung sind, nein, ich suche mir nur Klassiker aus oder ich suche mir beides aus. Ich bin gespannt, euer Van Bergen. Bis dahin, wir sehen uns natürlich auf dem Magazin hier auf YouTube und ich bin tierisch gespannt, wie diese Umfrage ausgeht. Bis dann, ciao.